Hey, du hast bei mir einen Schell, du hast bei mir einen Skin! Hallo Leute, willkommen zu einer Runde, Heidensieg! Du hast bei mir einen Skin, du hast bei mir einen Skin, wuuuh! Cool, das sind meine Minions. Ähm, Leute, wenn ich auch aufnehmen soll, dann schreibt es in die Comments, also nur so zur Info. Wir haben zwar nur zwei Abos, aber trotzdem. Falls wir irgendwann mal berühmt werden, der meiste Dank geht an meine Mutter und an meinen Vater. Sie waren immer so lieb und nett. Achso, ich kann noch den Block wählen. Ähm, Ofen. Okay, ich bin ein Ofen. Ich bin ein Cookie. Ein Cookie? Ne, ich bin ein Beacon. Das ist ein Beacon. Alter, ich bin ein richtig krüppeliger Block. Wo bist du? Äh, bist du der Ofen da? Ist rechts von dir so ein Beacon-Block so? Hey, wait off me. Ja, ich folge dem Ofen, komm. Geh. Wo sollen wir hin? Äh, kann man den Jog nicht noch... Kommst du? Äh, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Scheiße. Ich bin hier. So. Wo bist du? Äh, ich bin in so ein Teil reingegangen. Wann kriegen wir unsere Waffe? Ah, der hat da. Ich sehe den Ofen. Bist du gerade in die Tür gekommen? Ja. Ich stelle mich hier mal zu euch, ne? Der Block hier ist auch jemand. Mein Block ist... Oh ne, ich hab jetzt Bock, Haider zu sein. Ne. Nein. Na komm. Ah, sie ist so dumm. Ich stelle mich hier einfach so in der Ecke, ne? Alter. Alter. Mach die Tür auf und geh weg. Ja, dieser Typ da, der das gerade ist, ne? Der übersieht mich hier wirklich. Ja, der... Komm jetzt mal raus und guck mal, welche Position ich hab. Guck mal. Sie hier? Ja, ich steh hier einfach so rum. Sie übersieht mich. Kommt wieder, kommt wieder, kommt wieder. Als Ofen ist man hier nicht so gut getarnt. Mh, 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 mh. Also. Ja, wäre nicht. Ich hab jetzt mein Schwert. Es sind schon zwei Sieger. Alter, wie dumm kann man das sein? Nein, er hat mich geschlagen. Ja, ich bin jetzt Sieger. Ich bin jetzt Sieger, ne? Yo. Hi, ich bin hinter dir. Komm, wir suchen wir zusammen. Oha, bleib mal das gehen, warte auf mich. Nö. Oh, warte auf. Komm, komm schon. Ich muss jetzt Leute killen. Nein, du, was, wer wartet? Ja, ich warte noch auf dich. Ich bin hinter dir. Aber hier raus. Ja, wo du, wie so hier raus? Oh, ja, ich weiß ja noch diesen einen Block. Hier wurde sich auch gekillt. Wo waren wir, wo sind wir nun mal langgegangen? Natürlich. Hier wurde alles, was die Kinder, was gekillt werden konnte, gekillt. Oh, hier ist Gartengegen. ja du sagst zu mir zusammenbleiben im Bild k k bis dahin komm mit hoch Lüchel versuche hier alles zu können es gibt noch ein es gibt nur noch von 14 Heider k abgab diese Fälle ist die ganze Zeit geht ja ich finde nie welche und noch eingetreten Eintracht wo bist du ich habe ich schon wieder getötet wo bist du denn? Wo bist du langgegangen? also draußen ja hier können natürlich viele sein ich guck die ganze Zeit drinnen ich hab schon zweigetötig ja toll 3,4 5 ich hab mein Schwert nein nein ich bin doch keiner hey ich bin bei dir ne? ich bin direkt neben dir ich weiß die haben sicher so ein geniales Versteck so oh ich komme hier nicht rein oh hier ist ein Block ein Obsidian Block was ist da los bei dem? komm her ja er läuft von mir weg er läuft von mir weg ich sehe grad auch ein oh nein wie blick wo bin ich? ich bin hä? ich bin bin ich drauf ich hab richtig viel gekühlt ja wo jetzt? 8 8 ist frei 8 ist frei bis auf 8? nein wieder voll was? du musst doch nicht die ganze Zeit immer wieder Aufnahmeabrechnung wieder starten ich bin auf 8 ja ich bin auch auf 8 ja wahrscheinlich fliege ich gleich wieder raus wie? wahrscheinlich fliege ich gleich da raus wieso fliegst du raus? man kann ja auch gekippt werden trotzdem ach ja wir sind immer noch in der gleichen Runde ne? nein nicht in der gleichen Runde da bist du? hm 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 halte ich hab solche Kopfschmerzen aah 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 das ist mich nicht überhaupt und zu unserem neuen Projekt also wir werden also es wird sowas ähnliches wie Varro aber nicht so ähnlich also auch mit zweier Teams und so ziemlich ähnlich aber auch man hat zwei Leben ja genau nicht nur eins und ist eine kleine Formel ja das auch und natürlich lustig eigentlich soll es heute starten aber nein die sind alle zu dumm und die okay wenn sie nachdem du und ich weiß nicht immer ich mich nicht ich empfehle dir Strohbein ich ich glaube es ist nicht gut und bitte bin ich kein Sieger bitte bin ich Sieger bitte bin ich Sieger bitte bin ich Sieger kommt schon Sieger 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 ja Sieger nein aber ich kann wo bist du ich gehe in dein Haus nein wo bist du ich springe hier auf im Holz rum hier wo bist du ich bin ein Amboss Block ich bin weggegangen Oha ja ich weiß nicht wo du bist ich wusste nicht wo du bist nur bei ganz vielen Strohbein also gut getarnt das sind ganz viele Strohbein Juhu 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 ah mein Kopf sieht cool aus das ich bin einmal kurz weg ich hole mir einen Pudding Wer hinten ist ja nein Nein. Nein! Nein. 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 Überhol ich mich? Nein! Nein. Danke. Nein. Der Strohbein hat sich für uns geopfert. Wir trauern an ihn. Danke lieber Strohbein, dass du... ...mir so zur Seite stand... ...in meiner... Ja. Wollte ich dir eigentlich noch sagen. Jetzt bist du tot. Wieso bin ich... Wieso bin ich jetzt... Wieso bin ich jetzt Sieger? Geh Leute, wenn ihr das erstanden habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Das würde ich nämlich gerne wissen, warum ich jetzt Sieger bin. Woah! What the fuck? Sollen Sie sich mal beruhigen! Was ist da los bei denen? Alter! Wieso bin ich Sieger geworden? Wieso bin ich Sieger geworden? Wieso bin ich Sieger geworden? Das ist doch voll fies! Das ist doch voll fies! Das ist doch voll fies! Ich bin ... Ich bin ... Godwin ... Endlich! D-Ein! Ich biné! Guck mal! Was wird mit dem Sieger in der Welt? Wie viele Sieger in der Welt? Zwei! Ein! Ich bin der Einzige! Loll! Schau mal! Ich bin... Ich bin zu einem Sieger verfolgt, ne? Bin fast tot. ich werde auf einmal zieht beeinträchtigt das heißt es gibt erst zwei die anscheinend nicht mehr ich bin gekündigt aber es passiert was soll ich machen ich bin einzig gesieker auf einmal mehr dauernd Köln der Saal so hält so kann ich die nicht gehen ja endlich habe ich mein Gekehlen wieder es gibt auf jeden Fall 2 30 sie durch die Klinik ich bin ein Schicker so wichtig ist mit die die erste große Zeit und bewegt mich wer noch weiß die Konten ihr zu durch die Gründung ein Teil der Sitzung zu fährt Ich wurde vom Strohballen getötet. Ich sag ihn ganz offen, er stirbt nicht. Was ist da los bei den Strohballen? Es ist lustig, wenn du dich aufregst. Wenn ihr das auch so lustig findet, geht mal ein Like, okay? Alter, wie... So, ich dachte eben, dass wir die... Hey, du warst... In der letzten Sekunde warst du direkt unter mir. Ach ja, da oben warst du? Ja. Bist du da hochgekommen? Äh, ich war... Hier gibt's ne Treppe. Hier ist ne Treppe. Ich war die ganze Zeit... Guck, ich war die... Ich war die ganze Zeit auf so ne Treppe. Welches jetzt? Jetzt rühre ich erstmal auf so. Tschüss.